hallo meine lieben zuseher und herzlich willkommen hier auf meinem kanal dem technik crypto kanal es ist der 16.3 2018 wir haben knapp 16.30 und zurzeit für ein neues update bevor ich mit dem eigentlichen abgestalten möchte ich kurz auf unsere telegram gruppe hinweisen den link finden in der beschreibung und ja also was wir gestern sehen ist meiner meinung nach ziemlich strange und ja wir haben unsere targets zwar genäht mein target war ja zwischen 8200 und 7500 in dem bereich haben wir 1 zu 1 genäht eigentlich glaubt niedrigste punkt war 7700 aber was ich ein wenig komisch finde ist der bereich jetzt zwischen 8.000 8500 also ich behare immer noch drauf dass er bitcoins und 7200 runtergehen wird also ich hoffe es zumindest es muss nicht eintreten aber ich hoffe es stark denn erstens würde ich mit meinem schwarter noch möchten noch mehr prozent raus und zweitens wäre das für mich der optimale einstiegszeitpunkt für einen long wo ich mich sehr hart lang gehen würde sozusagen und ich habe auch ein paar analysen vorbereitet ein paar hilfmittel für euch wo ich daneben antizipatiere dass wir zu den 7200 runtergehen und ja ich würde sagen wir schauen uns direkt mal den chart an und bevor wir uns jetzt eben das ganze long term anschauen warum es denn zu den 7200 runtergehen sollte sind wir jetzt mal kurz auf einem niedrigeren time frame exakt gesagt auf dem 15 minuten time frame und was wir hier sehen ist einfach diese breakout den ich auch wirklich 1 2 1 mitgenommen habe auf bitmax ich hatte das glück dass ich gerne am pc war mit charts angeschaut habe es war jetzt hier gegen mittag rum da hatten wir jetzt eben diese 45 der im strategie die ich euch hier das schon keine ahnung jetzt in drei videos glaube ich schon euch gezeigt haben wo ich immer wieder darauf hingewiesen habe ihr seht diesen crossover auf diese support seiten dass nämlich immer der einstiegszeitpunkt für den long was ich hier gesehen habe ist einfach drei kerzen oder sind drei kerzen die alle über der 55 der ima geclosed haben und zwei kerzen dazwischen die zweite kerzen auf mich die konfirmation sind trade zu gehen ich bin in diesen trade reingegangen und habe fünf prozent geholt in einer stunde oder so knapp 4,4 prozent und da ich das ganze mit 10x leverage gemacht habe was ich keinem anfänger empfehlen würde habe ich knapp 50 prozent gemacht in einer stunde als nur ein kurzeres kurs zu den 55 der ima strategien und warum diese powerful sind aber warum ich eben denke dass dieser trend sich nicht lang fortsetzen wird ist einfach das grund aufgrund von mehreren tatsachen okay wir haben erstmal hier diesen channel diesen channel ist der channel ist für mich nicht so sehr valide wie die trend die ich euch gleich zeigen werde okay jetzt werden vielleicht viele sagen aber wir sind hier ein triangle hallo und ja hier auch wieder heißt er bricht gleich hier direkt aus das kann ich mir schwer vorstellen und wir haben hier diese massive trend line dies zeichne ich euch jetzt mit der horizontalen linie ein horizontalen linie sorry ist ungefähr in dem bereich hier also ich kann mir schwer vorstellen dass mit dem power dass wir jetzt habe ich habe das volumen jetzt hier nicht drin ist jetzt auch egal weil ich schon zu viele indikatoren offen habe ich kann mir mit der power die wir jetzt haben einfach nicht vorstellen dass wir wirklich hier drüber brechen und auch hier weiter nach oben pushen wenn ich mich täuschen sollte und wenn wir jetzt wirklich hier sind channel ausbrechen und auch confirmation sehen das heißt wirklich confirmation und nicht einmal kurz drüber ist habe ich auch schon oft gesagt dass für mich kein breakout ist wenn wir mal so viel drüber sind in die paar zentimeter das ist kein breakout ein breakout muss confirm zahlen und am besten noch eine polish engulfing candle zeig es euch gleich noch mal hier also wir sollen müssen wirklich hier wie rüber pushen und wirklich ein stück drüber pushen und nicht knapp drüber danach wieder direkt darunter wenn ich das sehen werde posten telegram gruppe momentan bezweifle ich das stark habe jetzt hier mal fünf prozent mitgenommen einfach so also wenn ich jetzt 50 prozent mit dem 10x leverage war ein easy trade ihr habt gesehen mit dieser 55 der jemals strategie und ja es ist einfach so mal short term der erste anhaltspunkt für mich warum ich eben nicht glaube dass ich diese trend fortsetzt und wir schauen uns das ganze jetzt long term an warum ich denn glaube dass aufgrund der elliot rails und aufgrund der fit retracement der das ihm kann man 2k da botten also 7 2k tiefpunkte für mich ziemlich wahrscheinlich ist und eigentlich wollte ich das ganze schon vorzeichnen habe ich mir gedacht ich zeige euch mal kurz wie ich das gezeichnet habe habt im letzten video auch schon gesehen ich zeichne jetzt hier mal die waves 1,2,3,4,5 und die abc correction die ich momentan immer noch so sehe abc damit ihr das mal sieht und ja was ihr auch immer bedenken müsst also das ist jetzt kurz exkurs ist wirklich sehr kompliziert wenn ihr das nicht checkt jeder dieser abc corrections die sieht noch mal so aus in sich drin also da gehen noch mal 5 waves down sag ist nicht so akkurat aber nur damit ihr das mal auch seht oder damit ihr das mitbekommen kann ich die mal davon ausgehen dass die so gerade runter geht das ist nur auf diesem höheren time frame und wenn wir zum b hoch gehen sieht das auch so aus abc meistens also nicht immer also nicht meistens sondern das ist einfach die theorie dahinter und immer wenn das a down geht 1 2 3 4 5 wählen wieder dauernd beim c abc werden hoch hat dann wieder 1 2 3 4 5 werden runter nur mal so als exkurs aber ja weniger wichtig jetzt für euch wenn jetzt nicht irgendwie darauf auszeit professionelle elia trade trader werden zu wollen ich bin auch kein professioneller elia trade trader ich versuche mich darin so gut wie möglich zu verbessern und das ganze so gut wie möglich zu machen auch für mich ist elia trade immer noch die königsdisziplin des trains deswegen machen es auch die wenigsten wenn ihr diese deutsche kanäle anschaut sind wirklich alle müssen machen die machen 100.000 trend lines und das war dann die analyse also elia trade können die meisten nicht dass sie machen sich das machen die meisten auch gar nicht nur mal hier der grund für das aber egal warum ich jetzt diese 7200 sehr ist einfach noch aus diesem grund sagt das haben wir hier gesehen ich habe immer noch antizipuliert dass wir eben bei dieser linie wegbauen zu über das mit bei der 0,618 retracement linie bei dieser gold ratio bei dieser mächtigen gold ratio weggebauen zu werden dann wäre das für mich sehr bullisch gewesen wir haben das nicht gesehen wir sind darunter durchgebrochen was für mich dann extrem komisch war dass wir wirklich heftige bearish engulfing candles geformt haben ihr seht ihr hier was für mich wirklich das zeichen schlechthin gewesen wäre dass wir jetzt wirklich straight nach unten durchbauen zu dieser 0,786 linie vielleicht sogar noch viel schlimmer zu der 1 to 1 fibrill placement ratio bei dem 6.000 860 82,8 sorry aber was jetzt das stranger daran ist wir hatten danach eine bullish engulfing candle und danach indecision also wir hatten nicht wirklich ein breakout sondern wir hatten eine kennel oder nach indecision und haben jetzt dabei sind 0,618 linie ran hin und her und aufgrund dann des niedrigen timeframes aufgrund des channels aufgrund der resistenz glaube ich nicht dass wir aus dem schlimmsten heraus sind das ist für mich auch kein reversal und wenn ich einen reversal sehen will damit ich den eindeutig sehen und nicht eine kennt und danach irgendwie ein seitwärts movement zwischen 8200 8300 wo es einmal nach unten einmal nach unten also wie gesagt jetzt des öfteren für mich sind wir noch nicht aus dem schlimmsten heraus wir können auch noch mal hier von weiter weg die trendline ziehen dann macht das ganze vielleicht noch mehr sinn ich schau grad trendline ihr wisst natürlich immer drei punkte suchen damit das auch valide ist dann mit zwei punkten ist eine trendline noch nicht so valide wir lassen das jetzt erstmal so faller fälle wird das ganze auch ziemlich gut matchen mit diesem 7200 bereich also würde auch ganz gut passen dass wir dann auch hier die support line hätten in diesem bereich aus 7200 was für mich einfach der long term die schlechthin wäre wenn wir da wirklich weg bei uns und am besten mit 23 bowling politischen großen keines weg bei uns dann gehe ich da direkt long mit 20 martin hat 20 der welt nicht passt also wenn ihr martin nicht schwertet nicht dann empfehle ich euch gar nicht das anzufassen und wenn dann nur mit drei mal leverage denn wenn ihr dann extra oder 20 dann werdet ihr mit ziemlicher sicherheit liquidatet werden das heißt ihr werdet euer ganzes geld verlieren und das wollt ihr nicht und das will ich auch nicht dementsprechend haltet die finger auf heute die finger fern von martin train wenn ich normal springt train können wenn ihr mal irgendwie tutorial sehen wollen zu bitten merkt ich bin jetzt ganz neu auf bitmax wirklich eine geile börse und eine börse bei der man wirklich handelt ex-leverage gehen kann wenn ihr davon ein tutorial wollt wenn ihr sehen wollt wie man bitcoin short dann schreibt mir in die kommentare und schreibt rein hashtag bitmax hashtag bitcoins shorten ihr spaß schreibt einfach ins rein mit ihr wollt bitmax tutorial sind ist mir egal was ihr da genau reinschreibt aber wenn euch das interessiert kann ich euch das machen und und ja jetzt gesehen für mich immer noch die 7200 area mein target ich brauchte jetzt stark diesen channel den ich euch gezeigt habe wenn ich da was sehe dass wir diesen channel ausbrechen oder wenn sich da was spannendes tut dann erfahrt ihr ist natürlich immer als erstes in der telegram gruppe also wenn ihr bock habt auf die gruppe dann scheint rein ist wirklich eine coole gruppe und das wäre es auch dieses update ich will die update sie musste kurz und willig halten also nicht wirklich lange über zehn minuten denn ich denke es so ist es am besten aufzunehmen und es gibt es auch hier nicht viel mehr zu sagen man müsste das ganze jetzt nichts verkomplizieren und wenn ich mir gefallen hat wie immer schreibt mir die kommentare lasst mir bitte ein like da oder abonniert meine channel und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video vielleicht den bitmix tutorial euer technischen kryptor